Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich bin mit mir ins Räuber gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzählen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, ob die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich erst das Schwächere erwiesen. Und es ist nur ein Naturgesetz, dass es am Leben ausgerottet wird. Dieser Versager, dieser Schmarratze, ein paar Vanille voll Pilz, dass diese Kultur aus dem besten Europa verschwemmt. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kapp von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Ich habe heute den Fall Klauswitz ausgegeben. Bei Linder Transtadt. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Der Kapp von Berlin Der Kapp von Berlin Der Kapp von Berlin Ich traube! Ich traube! Verrat! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich bleibe in der Hauptstadt. Ich bleibe in der Hauptstadt. Ich brauche in der Hauptstadt. Dann soll dir Armee verburten! Ich sage, er ist ein Versager, du bist ein Radchen. Wir müssen jetzt handeln. Wenn es sich ohne Befehle Das ist ein Fahnenflut! DART! 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 Das ist oder? Oder? DART! 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 Wie soll es das? DART! Das war ein Befehl! Wir müssen jetzt handeln! Man müsste die ganze Luft auf dem Führer und der Fack aufringen! Ich habe weggelegt! Ich glaube! Ach, ich sehe zwei Fälle, die ich verfehl? Ich glaube! Und Ache Und Ache Ja vielleicht schon dort Wir müssen jetzt handeln Aber da wird mir nicht beide Stefan Danke 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Und meine Person! Die will doch nur ihren Kopf halten! Verbitte wie sie ist toll! Dort! Dort! Ich glaube! Ich bin nicht zufrieden! Dort! 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 Ich werde mir nicht anders als Frau Brauner an meiner Frau selbst das Leben nehmen, ich möchte aber nicht. Dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung. Von allem Anfang an, wenn ich so verraten und betragen war! Daaaat! Ja, ich bin ein Kolabor, hier ist der Torre. Die Luftwasser wird vom Grunde auf umkratten. Die Luftwasser wird vom Kasten. Gott! Ich bin das letzte Bollwärtergebiet gefahren. Der Kampf von Berlin. Es ist die deutsche Schicksalsschlacht. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Ich bin das letzte Bollwärtergebiet gefahren. Sie sind die erste Bollwärtergebiet. Es ist ein Zeichen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020